So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit euren Kommentaren. Beim nächsten Mal bin ich hier stehen geblieben, beim guten Slam McGrath, Gogetto Fusion und jetzt seht ihr Manza 6, wow, was ein geiles Teil zu den Alien Pikachu. Ja, finde ich auch, schön, dass es dir gefällt, darum Herzele und Daumen nach oben. Lavendels ohne Zahn schreibt, das Teil ist ja der Hammer, perfekt für Pokémon und Alien Fans. Ja, finde ich auch, ich finde es super klasse. Ich hoffe, dass sie noch ein paar mehr rausbringen, weil die müssen her, ja. Also ich liebe das, die Dinger kannst du nur lieben oder hassen. Ich glaube, ein Zwischendingen gibt es da gar nicht, ne. So, nochmal, Lavendels ohne Zahn schreibt, bei meiner Figur vom tödlichen Sturmpeitscher zeigt die Verpackung eine ganz andere Drachenklasse als die, die er drin hat. Ich dachte erst, es sei ein Fehler, aber bei dir ist der auch so. Haben die was verwechselt oder so? Du meinst diese Aufdrucke auf der Seite, wo die Standarddrachen drauf sind. Ja, ne, das ist einfach nur, boah, das ist einfach nur Druck. Ende, sonst gar nichts. Es hat mit den Figuren nichts zu tun. Wahrscheinlich haben sie nicht gewusst, was sie draufdrucken sollen, ja. Oder keinen Bock gehabt. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen, ja. Aber die Frage ist berechtigt, deshalb Herzle und Daumen nach oben. Ich glaube, das weiß nicht mal Spin Master selbst, ja. Sophie R., Abonnentin, hat hier geschrieben, die sehen fast genauso aus wie die Babys in Titan Uprising. Okay, dann ist es gut, weil, wie schon gesagt, ich habe das Spiel nie gezeigt. Und ich kann da auch gar nichts großartig zu sagen, ja. So, ich scrolle mal ein bisschen nach oben. Christina Kreidler, ihr seht ja, die schreibt richtig, richtig viel. Finde ich klasse. Vielen lieben Dank und viele Grüße an dieser Stelle. Das Spiel spiele ich auch und es ist super. Solltest du auch mal ausprobieren, tolles Video. Dankeschön dafür. Aber ich glaube mir, die Zeit nicht dazu reichen. Aber wenn es dich begeistert, dann freue ich mich mit dir. So, nochmal, Christina schreibt, ich glaube, die Base soll wahrscheinlich die Schuppen darstellen, mit denen man die Drachen im Spiel aufwertet. Und brütender Donnerstampfer ist richtig, so heißt er im Spiel. Alles klar, na, dann danke ich dir für einen Tipp. Und das mit den Schuppen, ich weiß nicht, ob das wirklich Schuppen darstellen soll. Denn Spin Master sagt ja überhaupt gar nichts dazu. Und das finde ich halt einfach, Herrgott, erbärmlich, jämmerlich. Auf der Schachtel hätte es noch Platz gehabt, irgendwas draufzuschreiben. Was soll das bitteschön sein? Und wenn es halt einfach nur die Drachenklasse auf so einem Stückchen Plastik ist, ja, dann haben sie nicht mal irgendwie so eine kleine Aufstellhilfe dazu gepackt, sondern du legst es halt einfach hin. Das ist doch scheiße, Entschuldigung. Ich finde es total suboptimal, um es mal so zu sagen, ja. Also bei diesen Ornamentdingern, ja, Schuppen, Eierschalenstück oder wirklich einfach nur Drachenklasse, da scheiden sich die Geister. Da sagt jeder was anderes dazu. Manche behaupten das aber so, als wäre es die Wahrheit, obwohl niemand irgendetwas weiß. Niemand. Wenn da jemand sagt, er weiß genau, dass es Drachenschuppen sind, dann lügt er dich an, fertig, aus, ab. Ich kenne nichts und niemanden, der zu 100% sagt, das ist eine Drachenschuppe. Aber nochmal danke für deine Bestätigung. Drum Herzele und Daumen hoch. So, Christina schreibt gleich nochmal. Also, ich als Pokémon-Fan finde es eine absolute Frechheit, die Serie in solch ein Licht zu rücken. Kauft so einen Scheiß auf keinen Fall. Das schadet dem Image der Serie. So, da schreibt sie zu Alien Pikachu. Ich glaube nicht wirklich, dass es der Serie auch nur im Entferntesten schadet. Ja, weil Pokémon ist echt ein Selbstläufer, hat Fans ohne Ende. Also, mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich finde es cool, dass du deine Meinung hier reinschreibst. Darum Herzele und natürlich Daumen nach oben. Ist doch klar. Christina Kreidler. Die Figur ist nett. Wenn sie größer wäre, wäre das eine klasse Figur. Habt das Buch übrigens auch. Tolles Video. Na dann Glückwunsch zu dem super Buch. Und ja, die Figur müsste größer sein. Definitiv. Als nächstes. Georg Ertl hat geschrieben. Hallo Rupi, ich bin sehr großer Fan vom Schleich Triceratops. Der Graue mit den roten Akzenten. Hast du einen Tipp, welcher Dinosaurier zu dem besonders gut passt? Ich will nämlich nicht, dass der alleine in der Vitrine steht. Ja, das wäre ja auch schade. Hm, lass mich mal kurz überlegen. Ich meine, der wäre 2018 erschienen. Und 2018, also weil dieser Triceratops hat sehr schöne Details, also mir gefällt er auch sehr gut. Und 2018 ist dieser grüne T-Rex erschienen mit dem etwas schmaleren Kopf. Also die neue Generation vom T-Rex. Der hatte die Nummer 14587. Hab ich sogar im Kopf. Boah, gebt dir das mal. Und der, finde ich, passt von den Details sehr gut dazu. Aber natürlich Geschmackssache. Da gab es auch noch den Karnotaurus. Aber der war nicht ganz so. Nee, also ich würde tatsächlich, ich meine, Triceratops und T-Rex klassisch, machst nie was falsch. Ja, aber es muss dir halt gefallen. Guck mal, nach 14587 Tyrannosaurus Rex von Schleich. Die beiden müssten eigentlich zusammenpassen. Also danke für die Frage und natürlich Herzele und Daumen nach oben. Ich scrolle weiter. Sabis 6111 hat geschrieben. Sabis, Hallöchen an dieser Stelle. Ich hebe sogar die Hand, ne? Klasse. Ich hatte mich richtig gefreut, als ich gelesen habe, dass es einen Gorgatter gibt. Die nicht vorhandene Spannweite vor allem enttäuscht mich jetzt aber. Ich wünsche mir echt die tollen Figuren vom ersten Film oder die Reiter vom Berg zurück. Positiv muss ich aber anmerken, dass keine sichtbaren Schrauben an dem hier sind. Ja, das ist sehr positiv. Und die Spannweite ist unter aller Kanone. Anders kann man es gar nicht sagen. Ich sage ja gerade, wenn man im Vergleich die Abbildung in dem Buch sieht, wie er eigentlich aussieht. Ja, und sieht dann dieses McDonalds Spielzeug. Sorry, anders kann man das nicht sagen. Ich meine, einer von euch hat das auch mal erwähnt. Erinnert ihn an McDonalds Figur. Und das kann man gar nicht anders sagen. Das ist tatsächlich so. Also, ich finde den extrem enttäuschend. Boah, ich fummel hier voll mit den Händen rum, ja? Ganz übel. Ganz schnell Herzele und Daumen hoch. Und nochmal, viele Grüße. Reviews mit Hugo schreibt. Sehr coole Figur. Gefällt mir tausendmal besser als das andere Alien. Übrigens, könntest du das Neckar-Alien auch vorstellen. Achso, du meinst das, was ich daneben gestellt habe? Was mir der gute Gamera-Fan geschenkt hat? Ja, könnte ich machen. Da muss ich aber echt lustig zu sein. Ich bin gerade ziemlich weit weg von Alien, ja? Ich will schauen, dass ich das Reno-Alien kriege. Und vielleicht in dem Zusammenhang. Kann man vielleicht ein Doppel-Review machen oder so irgendwie, ne? Auf jeden Fall mal beide vergleichen. Gut, danke für die Idee. Und natürlich Herzele Daumen hoch. Dirk Wattling schreibt. Wie bekomme ich die verschluckten Figuren wieder aus dem Bauch? Der Braune hat ja eine Klappe am Bauch. Der auch. Der Indominus Rex? Nein, der kann keine Figuren verschlucken. Du kannst Figuren in sein Maul stecken. Aber weiter gehen die nicht runter, ja? Das hört hinten im Gaumen, hört es bei diesem Modell hier auf. Das heißt, wenn du eine Figur reinsteckst, das zeige ich auch im Video, dann kommt es hinten an den Kontakt ran. Und er macht diese Mampf-Geräusche. Und ich glaube, die Lampe geht dann auch an. Aber verschlucken in den Bauch und wieder rausholen kannst du bei dieser Figur nicht. Es kommt aber eine Kolossel in Dominus Rex raus. Wann der kommt, kann ich dir nicht sagen. Aber der funktioniert wie die riesengroße Kolossel T-Rex Lady und Kolossel Blue. Ja? Also kann man sich drauf freuen. Den kannst du deinen Figuren verschlucken lassen. Ja? Also das einfach für dich als Tipp. So, als nächstes haben wir hier Ziggy zu den Mystery Dragons. Diese Titan-Versionen sind wir unsympathisch irgendwie. Aber der Rest schon sehr goldig. Ich finde es übrigens schade, dass man die Smiley-Geschichten hier auf dem Rechner nicht sehen kann. Auf dem Smartphone sehe ich die. Aber hier nicht. Ja, unsympathisch du. Das ist Geschmackssache. Wenn du die nicht so gut findest, dann ist das okay. Und wenn du sie gut findest, ist das auch okay. Wie auch immer. Danke für deine Meinung. So, dann geht es jetzt hier weiter. Patrick erklärt Terroristik. Ruppi! Schönes Video. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Hast du schon mal an so eine Videoreihe Classics gedacht? Also Figuren von zum Beispiel Schleich aus den 90ern. Ich denke, das wäre mal eine interessante Sache. Du könntest diese auch mit den heutigen Figuren vergleichen und zeigen, was sich bei den Herstellern so in den letzten Jahren getan hat. Naja, nur so als Anregung. Viele Grüße. Patrick, das ist eine super Idee. Der absolute Wahnsinn. Ich frage mich nur, wann ich das alles auf die Reihe kriegen soll. Aber ich habe es im Hinterstübchen. Ich merke es mir von dem her. Ich habe bisher solche Vergleiche eigentlich nur gemacht, wenn ich in der Fanpost so Geschichten gefunden habe. Aber so jetzt aus dem Stehgreif raus, nee, habe ich noch nicht gemacht. Weil, wie schon gesagt, mir fehlt die Zeit. Weil es kommen so, so unfassbar viele Neuheiten, dass ich das nicht hinkriege. Vielleicht gibt es mal ein Sommerloch und ich habe wirklich fast keine neuen Figuren. Dann kann man an sowas denken. Aber vielen lieben Dank für deine Anregung, Herzele und einen dritten Daumen nach oben. Cool. Le Taco Boy. Viele Grüße an dich, mein Lieber. Ähm, der Rumbling-Gutbuster sieht von vorne wie ein Wels aus. Lol. Und Grüße. Ja, vor allem ist er auch so flach wie ein Wels. Den haben sie irgendwie, bevor sie den produziert haben, haben sie irgendwie nochmal auf dem Kopf gedappt oder sowas. Ne? Wahnsinnig flache Birne. Gebe ich dir recht. So, Reviews mit Hugo. So coole Figur. Gefiederte T-Rexe gibt es eh zu wenig. Ja, mittlerweile gibt es ein paar. Aber ich gebe dir recht. Es gibt definitiv zu wenig. Herzele und Daumen nach oben. Goigetto Fusion hat geschrieben. Die Figur ist echt supi rupi. Die Alien-Pikacho-Figur. Dankeschön. Finde ich auch. Dark Master hat geschrieben. Anfangs war ich eher skeptisch, aber sieht aus, als wären da ein paar echt interessante Drachen dabei. Also, sie haben zwar einen komplett eigenen Stil. Das muss man mögen, aber sie sind dafür wirklich nett gemacht. Also, ich kann es gut nachvollziehen, dass Leute das gerne sammeln von dem her. Mich wundert es halt wirklich, dass die diese Titan-Geschichten aus den Spielen jetzt da mit reinnehmen dürfen. Weil das im Prinzip nichts mehr mit den Kinofilmen zu tun hat. Das wundert mich sehr. Aber, ja, Geldeinnahmequellen machen vieles möglich, ja. Sagen wir es doch einfach mal so. So, nochmal, Dark Master. Cool, ich mochte Pikachu ja nie wirklich, aber so mag ich ihn. Finde auch sehr viel Gefallen an solchen bizarren Sachen. Grüße, Dark. Ja, Dark, viele liebe Grüße zurück. Ich finde das auch bombig. Mit so kuriosen Geschichten kriegst du mich eh immer, ne, von dem her. Nochmal, Dark Master. Boah, der haut hier raus, der Wahnsinn. Danke dafür, ne. Wie schon gesagt, fantastische Figur, wirklich sehr schön verarbeitet. Freue mich schon richtig auf Bisasam. Aber will dich nicht mit Worten zuschütten. Also wie immer, Grüße. Naja, solange es in diesem Ausmaß bleibt, da geht es. Ne, hau ruhig rein. Ich freue mich über deine Kommentare. Ich halte hier übrigens ein Mikro. Boah, mehr, mehr, mehr schläft der Arm ein. Ich, ich habe gar keine Halterung. Und sobald ich irgendwie weiter weggehe, wird es leiser mit diesem Scheißton. Und ich, ich, ich muss es direkt vor dem Mund halten. Wenn es zu nah ist, dann raschelt es. Und wenn ich zu weit weg bin, wird es wieder zu leise. Furchtbar. Ja, okay, ist ein Billigmikro. Aber egal, es tut sein Ding. Was soll's. Christina Kreidler hat wieder geschrieben. Der sieht echt super aus. Ich mag ihn. Tolles Video. Dankeschön dafür. Der Wizard Dragon. Ja, finde ich auch okay. Absolut okay. Runterscrollen. Sie hat nämlich nochmal geschrieben. Die arme Light Fury. Aber trotzdem tolles Video. Ja, bei ihr ist dieses Flügelgelenk gebrochen. Nicht ganz so prickelnd. Das spricht für die Wertarbeit von Spin Master. Ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Tiny Tommy, Tiny Tommy hat geschrieben. Sehr schön. Er ist wieder da. Super. Ja, super Herzele. Und ein Däumchen nach oben. Viele Grüße, Tiny. Hau Videos raus, was geht. Ich gucke dir immer gerne zu. So, Tozinger Schatten hat geschrieben. Cool neue Figur. Cool toller Kommentar. Grüßchen. Tozinger Schatten. Der Tag Schatten. Ganz, 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 ganz kleine Minischuppen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Deswegen ist sie so glatt. Grund dafür die Minischuppen. So sieht's aus. Da hat doch jemand aufgepasst. Und dafür gibt's ein Herzle. Und ein Daumen nach oben. Den Daumen nach oben bedeutet, man wird dich loben. Tozinger Schatten. Ja, ich komm wieder runter. Ich würde sagen, diese Drachenschuppeneier oder auch wie er es nennt. Er, ich oder was? Sind so Angriff, Lassen, Ruinen, was? 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 Moment, Moment. Also ich lese das so vor, wie es hier steht. Ne? Also nochmal. Ich würde sagen, diese Drachenschuppeneier oder auch wie er es nennt, sind so Angriff, Lassen, Ruinen. Also weil dein Tag Franken ist das eben halt nicht weiß. Und mein Ultimativ im Buch der Drachen ist da das Angriff, Klassending tatsächlich dunkellila. Und bei den anderen grünen Drachen ist das eigentlich auch türkis. Also sind das wahrscheinlich so, so Drachenklassenruhen, als würde ich sagen. Was auch immer du mir damit sagen wolltest, lieber Tozinger Schatten oder liebe Tozinger Schatten, danke für deinen Beitrag. Herzle und Daumen nach oben. Ja, so viel Text muss ich loben. Und man kann sich schön Gedanken darüber machen. So, ähm, Guggerto Fusion. Auch der ist sehr gut gelungen. Ja, finde ich auch. Bisasam ist auch geil geworden. Dankeschön. So, Slane McRoth, aye, aye, Captain. Es muss so unglaublich spannend sein, bei dir zu sein und das alles einfach mal zu sehen. Oh, Slane. Momentan sie schnur viele Kartons. Ich vermute, man ist von deiner Sammlung ziemlich überwältigt. Ja, ich glaube, das ist man. Also ich sage da gleich noch was dazu. Freu mich, dass du derzeit wieder richtig raushaust, mein Freund. Weißt du, dass es mich wirklich rührt, dass du Freund zu mir sagst? Das finde ich total lieb. Ich empfinde das witzigerweise sehr ähnlich. Wir haben uns noch nie live gesehen, ja, und beschnuppert. Aber man kennt sich jetzt über YouTube so lange, dass das echt eine enge Bindung wurde. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Also gefühlsmäßig halt, ja. Und ich finde es halt immer beste Unterhaltung, wenn du da deine Meinung über diverse Filme raushaust. Und wir wirklich extrem oft gleicher Meinung sind. Und das dann beim nächsten Film dann auch teilweise wieder so Welten auseinander geht. Das ist einfach geil, ja. Und ich freue mich dann, deine Argumentation, deine Totschlag-Argumente gegenüber dem Film zu hören. Was ich teilweise dann tatsächlich nachvollziehen kann. Oder ich denke, was ist los mit dir? Was hast du da nicht gesehen, was ich sehe? Ja. Aber das amüsiert mich. Und ich höre dir wahnsinnig gern zu. Und das macht einfach Spaß. Finde ich großartig. Und das zeigt doch auch auf beste Art und Weise, dass man nicht immer gleicher Meinung sein kann. Und denjenigen, der das raushaut, trotzdem mag. Ja. Weil man ihm einfach gerne zuhört. Und weil er einem wirklich so, so viele Stunden beste Unterhaltung gibt. Und auch wenn es nur die Hälfte wäre. Es gibt so YouTuber, die machen teilweise Videos zu Dingen. Das geht dir am Arsch vorbei. Aber du hörst dem oder derjenigen einfach nur gerne zu. Und das ist es doch letztendlich. Das ist es doch letztendlich. Das macht es doch aus. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich so Geschichten nebenher laufen lasse. Ich mache irgendwas, aber lasst es laufen, weil ich gerne zuhöre. Der Stimme gerne zuhöre. Scheißegal, über was der oder diejenige spricht. Vollkommen egal. Und das finde ich gut. Gut, so, um jetzt mal wieder zum Abschluss zu kommen. So, es geht ja hier noch weiter. Aber, ui, der Conan ist sehr geil. Und der Gegner auch. Der hat einen Unterkiefer wie der Drachen. Ja, genau. Drachi. Ne? Drachi. So geil. Äh, wenn du jemals nochmal ein Rant-Video über den Drachi machst und du brauchst einen Abkotz, äh, äh, Kumpanen. Ruf mich an, ja. Ich kann genauso in die Scheiße reinklopfen wie du, mein Lieber. Ja. Ah, herrlich. So. Aber, am geilsten fand ich echt das Drachenvieh am Ende. Also vom Design und den Details und Schuppenmuster her, habe ich noch nie gesehen das Ding. Tolles Video. Boah, dankeschön. Und natürlich ein dickes, fettes Arrrr. Ne? Weiß Bescheid. Wir müssen doch mal irgendwann noch die, die Hafenspitze stürmen, ja. Ich, ich bin da dabei. Und wenn zwei so Wonne-Poppen einfach gegen die Mauer laufen, dann hat sich's erledigt. Das kann ich dir garantieren, ne. Mein Lieber. So, und jetzt noch ganz kurz was zum Thema Sammlung sehen und umhauen. Also es ist so. Ich hab verdammt viel, ja. Das kommt halt nach 30 Jahren intensivstem Sammeln zu sammeln. Ne? Ich muss immer sagen, 30 Jahre intensives Sammeln. Ich mein, wenn ich zu jemandem gehe, der 30 Jahre intensiv sammelt, dann erwarte ich nicht, äh, äh, ein Wohnzimmer, wo ein Regal voll mit Figuren steht, Junge. Da stehen 12 Wohnzimmer voll, wo du keine Wand mehr siehst, wo du keine Sitzgelegenheit hast, wo du dich hinsetzen kannst oder was abstellen kannst, weil es nach 30 Jahren fucking voll mit Figuren ist. Und so sieht's halt bei mir aus. So, ich habe mich in meinem Leben schon mit vielen Sammlern getroffen und diese Sammler kamen mit der Menge, mit der Masse, mit der Wucht dieser meiner 30-jährigen Sammlung nicht klar. Da ist irgendwas bei denen kaputt gegangen, weil sie wahrscheinlich wissen, sie werden das nie erreichen, Fragezeichen, keine Ahnung. Was gibt's denn da zu erreichen? Ich sag immer, mein Gott, ob du drei Figuren hast oder 30.000, das spielt doch keine Rolle. Das, hauptsache du hast Spaß an den Figuren, die du hast. Und wenn es nur eine Figur ist, wenn du Spaß dran hast, davor sitzt, die bewunderst und du in andere Welten kommst, dann reicht es doch. Dann ist das schon okay, ja? Ich mag halt nun mal Massen an Figuren. Und du glaubst nicht, du glaubst nicht, wie viele Menschen da von Neid sterben. Jetzt ist halt die Geschichte, dieses, wie soll ich sagen, Neid oder Missgunst gehen, habe ich nicht. Ich freue mich für jeden Sammler mit und wenn er mir noch voll stolz seine einzige Figur oder seine fünf Figuren, die im Regal steht, zeigt, freue ich mich für den total mit. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man anfängt zum Sammeln, wenn man das findet, was einen so richtig aus dieser Welt reißt, weil es einen begeistert, in welcher Art auch immer. Und das ist großartig. Und davon kann man wirklich zehren, in unserer teilweise wirklich beschissenen Scheiß-Realität. Darum macht man ja auch sowas, darum hat man Hobby, darum sammelt man, darum bastelt man, treibt man Sport oder was weiß ich, keine Ahnung. Bisschen ablenken von der Scheiße, die dir jeden Tag wieder fährt. Und du glaubst nicht, mein lieber Captain Slane, du glaubst nicht, wie viele Sammler schon zerbrochen sind an der Menge an Figuren, die ihnen von meiner Seite aus entgegenknallen. Die kommen damit nicht klar. Und darum bin ich extremst, ja, fett geschrieben, vorsichtig geworden, Leuten das zu zeigen. Wenn jemand eher außenstehend ist, dann ist das kein Problem. Aber so richtige Sammler mit Herzblut, die kommen da an ihre Grenzen und gehen kaputt. Und die zerbrechen wie eine Vase Porzellan, die aus, die vom Pariser Eiffelturm runterfällt und auf dem Boden zerscheppert, ja. Darum, ich glaub, für meine Sammlung braucht man verdammt gute Nerven, weil es halt einfach eine Wucht ist, das haut dich um. Ich selber empfinde das nicht so, weil ich lebe ja in dieser Wucht, ja, in meinem Wahnsinn oder so. Aber ich bin Sammeln. Ich liebe das. Ich liebe jede einzelne Figur, auch wenn ich ab und zu mal nicht mehr weiß, hm, ach so, die hab ich ja. Ja, aber ich liebe das ohne Ende. Ich bin eigentlich ein sehr organisierter Mensch, aber die letzten Jahre hab ich's echt schleifen lassen. Und das hol ich jetzt gerade ein bisschen auf, ja. Deshalb kommen hier und da vielleicht auch mal weniger Videos, aber es kommen auf jeden Fall immer wieder welche. Weil ich habe genügend da, worüber es sich lohnt zu sprechen, was Sammelfiguren angeht. Darum sag ich, ich wär froh, wenn ich jetzt endlich mal wieder Raum, Fläche, eine Halle hätte, wo ich auch alles wieder aufstellen kann. So, wie sich's gehört. Der Figur zu ehren und meiner Seele zur Beruhigung, ja. Weil ich's ja auch schön, wenn du deine Figuren siehst und nicht einfach nur den Karton, ah, da sind jetzt hierhin die Figuren drin, ist doch scheiße, ja. Ein Sammler möchte ja seine Figuren gerne sehen. Und das konnte ich jahrelang in dieser wunderbaren Halle, die ich hatte und jetzt halt eine Zeit lang nicht mehr. Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen, ne. Also das einfach dazu. Wenn ich mal alles wieder aufgestellt habe, dann werde ich das auch zugänglich machen. Ich werde da auch vielleicht Führungen machen. Denn wenn's in einer Riesenhalle steht und ein bisschen verteilt ist, vielleicht löst es dann nicht so extreme Nervenzusammenbrüche anderer Sammler aus. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren kann. Und ich kenne ja auch internationale Sammler. Mein Gott, die haben noch viel, viel mehr als ich. Die haben mehrere Hallen voll. Und mir haut's doch auch nicht die Sicherung raus. Sondern ich, ich freu mich total für die, wenn die Dinge haben, Figuren, die ich nicht habe. Die ich wahrscheinlich niemals kriegen werde, weil sie entweder zu teuer sind oder weil's halt nun mal nur ein Stück auf dieser Welt gibt. Weil's direkt vom Künstler ist, ja. Aber ich freu mich doch für den und kann träumen. Mein Gott, vielleicht hast du ja tatsächlich mal irgendwann doch in deiner Sammlung. Das ist es doch. Sammeln ist auch ein bisschen so eine Challenge. Mensch, ich möchte die Serie komplett haben oder ich möchte doch die und die Figur. Ha, vielleicht schaffe ich's ja irgendwann. Und wenn nicht, dann ist es doch auch gut. Das ist doch alles nicht schlimm. Mein Gott. Du kannst... War das neulich auch in den Kommentaren, ne? Die Mama hat gesagt, du kannst nicht alles haben. Und genau so ist es. Das ist gut. Man kann nicht alles auf dieser Welt haben. Nein. Man muss es auch nicht, ne? Und vielleicht ist es ja auch teilweise nur ne Phase. Kann sein, ich verliere mal irgendwann, was ich nicht glaube, nicht in diesem Moment. Kann sein, ich verliere mal irgendwann meine Lust an Figuren. Ja, dann verteile ich sie wieder in die Menschheit. Aber das muss dann halt wirklich aus dem innersten Herzen kommen. Bis jetzt habe ich den Drang, mich wieder davon zu lösen, nicht verspürt, ja. Und viele Menschen verstehen auch nicht, was für ne, ich sag's mal übertrieben, was für ne Last das ist, so viele Dinge bei sich zu haben. Du kannst nicht einfach mal kurz umziehen. Du kannst nicht einfach mal kurz mit dem und dem Raum das und das machen. Du musst ja immer erst gucken, wo bringe ich die Figuren alle hin, dass ich Platz habe, um was in diesem Raum zu machen. Aber diese Bürde trage ich gerne, weil es mein Leben ist. Und denkt immer dran, ein Sammler braucht viel Geld, um sammeln zu können. Es gibt Sammler, die gehen auf den Knochen, weil sie nichts zum Essen kaufen, nur damit sie es in ihre Sammlung stecken können. Jetzt kommen wieder einige und sagen, ja das ist doch krank. Nein, das ist Leidenschaft für etwas. Und das macht derjenige für sich. Er zieht niemanden anderes mit rein. Niemand muss leiden, weil dieserjenige seine Sammelleidenschaft lebt. Das macht er für sich in seinen Räumchen, die er hat, Ende. Das ist ein Thema, da könnte ich Seminare drüber halten. Das wäre es doch eigentlich auch mal, oder? Seminare für Sammler, das ist keine schlechte Idee, ja? Also ich kann hier nur wieder auf dem Weg mitgeben, wer auch immer das hört, Leute, und auch sammelt. Bitte, bitte, neidet doch nicht das, was andere haben. Und denkt dran, andere haben Berge versetzt über lange, lange Zeitraum, bis sie das überhaupt zusammengekriegt haben, was sie haben. Da steckt richtig Arbeit und Energie und Lebenszeit drin. Es ist ja nicht so, dass du hier die Tür aufmachst und zack, steht eine Sammlung mit 20.000 Figuren. Nein, das ist mühsam und mit Liebe über ganz, ganz langen Zeitraum zusammengetragen wurde. Und das ist das Ergebnis davon. Das Ergebnis von 30 Jahren intensiven Sammlens. Das verstehen die meisten Menschen leider Gottes, auch wenn du es ihnen zehnmal erklärst oder auf die Stirn meißelst oder sonst irgendwie was machst. Die verstehen das leider Gottes nicht. Auch nachdem ich das jetzt gesagt habe, werden es viele nicht verstehen. Sie denken, sie haben es verstanden, aber wenn sie dann davor stehen, wumms, ne? Und da müssen noch viele, viele Sammler lernen. Vor allem geht weg, kommt weg von diesen Scheiß-Schwanz-Vergleichen immer. Ich habe die größere Sammlung, ich habe diese und diese und diese Figur und du hast es nicht. Dieses Denken ist Oberscheiß-Dreck. Das ist der falsche Weg. Das ist die dunkle Seite der Macht. Ja? Um es mal so zu sagen. Okay, ich habe zu lange gefaselt. Sorry. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so drin. Tapfer, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ja. Machen wir einfach ganz normal weiter mit diesem Wahnsinn hier im Programm. Mit euren tollen, interessanten Kommentaren. Weiter geht es hier mit Raphael Baumkänguru oder Baumkänguru. So kann man es ja auch verstehen. Der beste Mini ist meiner Meinung immer noch der Überwilde. Auch wenn der Todbringer in Konkurrenz macht. Tolles Video, liebe Grüße. Ach, das waren die Minis. Okay, da hat jeder seinen Favorit. Ganz klar. Also danke dir für deine Meinung. Tigerleo schreibt. Rupi, mir wurde angezeigt, dass du ein neues Video hochgeladen. Klammer, Glocke ist aktiv. Blinzel. Und habe direkt drauf geklickt. Boah, da klicke ich doch direkt auf das Herzle und Daumen nach oben. Dankeschön, Tigerleo. Freut mich, dass du Spaß hast. Raphael Baumkänguru schreibt wieder. Ich glaube, die Scheiben sollen Schuppen sein. Im Spiel Titan Uprising sammelt man verschiedene Schuppen, um Drachen zu leveln. Liebe Grüße, tolles Video. Ja, da gehen die Meinungen komplett auseinander. Da denkt sich jeder seinen Teil. Ist auch absolut okay. Ich möchte nur bitte schön eine Erklärung von Spin Master haben. Weil wie viele Leute sammeln die Figuren und wissen nicht mal, dass es das Spiel dazu gibt. Und warum haben die Schuppen nicht bei jeder Figur eindeutig auch die Farbe von der Figur. Das lässt mich an der Schuppentheorie zweifeln. Aber wie schon gesagt, da muss sich jeder seinen eigenen Kopf dazu machen. So, Darth Vader. Oh, höchstpersönlich. Die dunkle Macht hat geschrieben. Er hat hier was zum Spinosaurus von Papo geschrieben. Er stützt sich so stark auf den Händen ab, da die Pose von ihm quasi, wie er im Wasser stand, sich fortbewegte repräsentieren soll. Wer sagt das? Wo steht das? Hat es Papo irgendwo dazu geschrieben? Ich glaube nicht. Und selbst wenn dieses Viech jetzt im Wasser dargestellt wird. Er bewegt sich ja auch außerhalb vom Wasser. Wie bewegt er sich denn dann? Bitte schön. Also ich glaube allen wissenschaftlichen Erklärungen zum Trotz, dass der Spinosaurus so anatomisch niemals ausgesehen hat. Das ist aber natürlich auch nur meine Meinung. Ja, die Haut ist kein Organ, sage ich nur. Das kommt aber nicht von mir. Ja, das kommt von einem bestimmten Drachentier, nenne ich es mal. Ja, lassen wir das. Nächstes Thema. Ich scrolle ganz schnell weiter. Christina Kreidler hat wieder geschrieben. Boah, ist die Fleißig mitschreibende. Absolute Oberwahnsinn. Ich glaube, die Scheiben sollen Schuppen von Titan Uprising sein, mit denen man die Drachen aufwertet. Tolles Video. Ja, ne? Gerade hatten wir es davon. Dankeschön für dein Lob, liebe Christina. El Primo Gamer hat geschrieben. Ich habe einen violetten Sturmpfeil. Und das freut mich für dich. Klasse. Alice Berger hat geschrieben. Macht 2021 noch viel mehr Dino Rivals Dinosaurier Unboxings und Reviews, meinst du, ne? Mehr werde ich mit Sicherheit nicht machen. Aber ab und zu, mal gucken, je nachdem, was Mattel rauskloppt, werde ich mir, wenn es mir gefällt, noch den einen oder anderen Dino zulegen und natürlich dann auch ein entsprechendes Review dazu machen. Ist ja ganz klar. So, BTS Lover hat geschrieben. Ich habe Titan Cloud Jumper. Ja, Glückwunsch, mein Lieber. Schön. Sammle sie alle, ne? Oder wie schreiben sie immer so nett in ihrer Werbung. Nochmal, BTS Lover. Kannst du uns noch die Nummern geben? Frage. Hast du das Video komplett angeschaut? Lieber BTS Lover, hast du dieses Video komplett angeschaut? Sonst würde jetzt diese Frage nicht kommen. Machen wir weiter. Nochmal, BTS. Ich habe sie auch und die Farbwechselnden auch. Na dann, recht herzlichen Glückwunsch dazu. Reviews mit Hugo schreibt, die Figuren sind nicht schlecht. Die Beilagen Schrott. Anders kann man das nicht sagen. Nee, ja. Wenn man sie sammeln will, okay. Nichts für mich. Meine Meinung. Und das ist auch gut so. Jeder soll da seine Meinung dazu haben. Und ich danke dir dafür, ne? Finde ich toll, dass du es drunter geschrieben hast. So, Ilt Art. Heißt das Ilt Art? Oder Ilt Art? Oh Mann, Spin Master. An sich ist das ja eine Megafigur, aber naja, Spin Master halt. Ja. Ja, danke. Danke. Das reicht schon. Habe jetzt allerdings das Bedürfnis, mir die Figur zu holen und komplett neu zu bemalen. Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe dir sogar schon Herzliche gegeben und Daumen nach oben. Kann ich gut verstehen. Aber weißt du, ich möchte mir doch einfach mal eine Figur kaufen, die ich so gut finde, wie sie ist. Einfach kaufen, ins Regal stellen und gut. Ich mag nicht immer was repainten müssen. Und schon gar nicht zu den Preisen, wie die Dinger hier angeboten werden. Großer Gott. Ich glaube, mittlerweile wird es echt zur Selbstverständlichkeit, dass du, dass du Figuren kaufst und es ist selbstverständlich, dass du sie auch repaintest. Ich frage mich, wann ist es soweit? Funko macht es ja schon teilweise. Die bringen weiße Figuren raus zum Selbstbemalen. Ich bin mal gespannt, wann es so ist, dass du nur noch Actionfiguren in Weiß kriegst, weil es logisch ist, dass du dir dann ein Farbset, Pinsel etc. dazukaufen musst, damit du dir die Scheiße selbst bemalen kannst. Wartet ab, vielleicht kommt es noch so. Und dann haben sie ja auch schon wieder zweimal Geld verdient. Das heißt, die weißen Figuren kosten genauso viel, wie die Figuren jetzt sind. Und dann musst du auch noch das dazu passende Bemalset kaufen, weil da ist ja dann auch noch irgendein Scheißdreck drin, den du brauchst, wenn du ein vollwertiger Sammler darstellen möchtest. Wartet ab, vielleicht kommt das auch noch so. Würde mich beim derzeitigen kompletten Durchdrehen vieler Hersteller nicht wundern. Michaela, äh, Unterstrich hat hier geschrieben, äh, zu dem Harry Potter Hungarian Horntail Dragon hat sie geschrieben, die Weibchen sind besonders aggressiv, deswegen wurden beim Trimagischen Turnier auch nur Weibchen verwendet. Ja, und hier habe ich schon ein Herzlicher gegeben und Daumen nach oben. Gut zu wissen, ja, das ist ja fast wie in real life. Muss man sozusagen, ne? Gleich wieder ein Stückchen höher gehen. Und nochmal, Michaela Unterstrich hat geschrieben, Moment, read more. Die Geisterwesen sind die Patronie von Harry, Hermine und Ron. Dann, Harrys Patrionus ist ein Hirsch, Hermines ist ein Otter und Rons Patrionus, wie zur Hölle spricht man die aus? Ähm, Patrion, oder? Irgendwie ist ein, ist es ein kleiner Hund? Da bin ich mir aber bei der Rasse nicht sicher. Jo, komm, alles halb so wild. Die Schlange heißt Nagini, ach, ich dachte schon Panini, haha, und ist die Begleiterin vom Dunklen Lord. Der Greif wird in den Büchern und Filmen als Hippogreif bezeichnet und heißt Seitenschnabel. Ja, mittlerweile habe ich die Figur bei einem anderen YouTuber angeschaut und die ist so unterirdisch schlecht bemalt. Und das wird sein Weg in meine Sammlung von meinem Geld definitiv nicht finden. Gott ist der lausig bemalt, da ist der Drache wirklich Gold dagegen. Leute, wenn euch dieser ungarische Hornschwanz gefällt, holt euch den McFarlane Weltklasse. Ihr macht da nichts falsch. Ja, gut. Also wenn ich diesen Seitenschnabel mal irgendwann nachgeschmissen kriege, dann kommt vielleicht mal ein Review. Aber das, was ich jetzt da gesehen habe, boah, Mund abputzen, weil ich überhaupt den Namen in den Mund genommen habe. Echt, hey. Reviews mit Hugo. Schreibt mal wieder, echt eine süße Figur. Ich mag die Figur. Ah, ohne Zähnchen. Oh, ich habe ja schon hier alles geliked. Sigi hat mal wieder geschrieben, da muss man als halbwegs anspruchsvoller Sammler schon mal ein bisschen Ärger runterschlucken. Die Aktion von Spin Master ist mir ein Rätsel. Ja, ja und oh, ja, Sigi. Mir auch, glaubst mir. So, Manza 6. Das ist doch ein ungarischer Hornschwanz, oder? Oder täusche ich mich da? Hm. Ich habe, also an dem, äh, an seinem Profilbild, ne. Ich habe gewusst, dass du früher oder später ein Unboxing zum ungarischen Hornschwanz machst. Okay. Freue mich schon auf deine Meinung zu den Skulpturen von Noble Collection. Ja, stimmt, die will ich auch mal besprechen. Ja. Ob die tatsächlich so nobel sind, ja. Wir werden sehen. Äh, liebe Grüße, Dankeschön, Herzele und Daumen nach oben für dich. So, Snowflake Draws, äh, schreibt. Und da fragt mich nochmal jemand, wieso ich mich da aufreg. Das ist doch nicht der Ernst von Spin Master. Da hab selbst ich bessere Ideen. Ja, und die unterstütze ich mit einem Herzele und einem Daumen nach oben. Ja, also das, was manche Hersteller bringen, das ist, du hast es, jetzt mal ganz ehrlich, bei den ganzen Actionfiguren, hab ich immer den Eindruck, bin ich noch in den 80ern hängen geblieben? Täglich grüßt das Murmeltiere, bin ich, bin ich irgendwie in der Vergangenheit aufgestanden? Die Actionfiguren heute haben teilweise immer noch das Aussehen und die Actionanteile wie aus den 80ern. Mann, das kannst du doch gar nicht ausdenken. Und mit was verteidigen sie das dann, wenn du sie drauf ansprichst? Ja, das ist ein bisschen Retro-Look. Ja, Moment, Slane sagt da immer, ja, das ist ein bisschen Retro-Look. Ne, ja, geil. Boah, du kannst das nicht ausdenken, ja. Und ich fummel hier schon wieder mit meinen Händen rum. Also, ah, ich kann mich selbst auch nicht mehr ausdenken hier. Sag mir aber sicher, ja. Raphael Baumkenguru hat wieder geschrieben. Ähm, danke für die vielen Kommentare, ja. Zum kleinen, äh, ohne Zahnscheißerle hier. Für den professionellen Sammler ist das halt leider einfach lächerlich. Repaints, ja, okay. Ist nicht einfallsreich, kann aber schön aussehen. Der einzige Zweck ist für die Sammler von den Minis, wie du ja erwähnt hast. Okay, ich danke dir für deine Zustimmung. Liebe Grüße, tolles Video. Ja, liebes Herzle und tollen Daumen nach oben. Reviews mit Hugo schreibt wahnsinnige Details. Was soll man sagen? Von den McFarlane-Dingern, ja, die sind klasse. Die sind eine absolute Oberburner. Danke für deinen Kommentar. So, und Tellman, hey, viele liebe Grüße an dich, mein Lieber. Ähm, hallo Rupi. Der Name, der dir nicht einfiel, am Ende war Eowyn. Ja, genau, richtig. Aber hatte ich es nicht geschrieben oben hier? Okay, habe jetzt gerade gesehen, dass du es am Ende auch eingeblendet hast. Ja, alles klar, ne, aber trotzdem, vielen lieben Dank für deine Hilfe, ne. Und hier, mein lieber Tellman, die Bilder, die du mir jetzt wieder geschickt hast, mich, ich, ich habe, ich habe meine Unterbüchse verloren. Echt ohne, ohne Scheiß, mir steht jetzt noch die Kinnlade, ähm, keine Ahnung wo, an den Knien, ja. Ja, also Leute, was von Tellman noch kommt, äh, in den nächsten Wochen oder Monaten, scheißegal, der Mann soll sich bitte schön Zeit lassen. Tellman, lass dir Zeit, ja. Das eilt alles nicht, das ist für mich eine Oberehre. Also, der schickt mir ein paar, ein paar, mein Gott, ein paar Geschichten. Boah, Wahnsinn. Also, ich freue mich jetzt schon drauf, wie blöd, ja. You make my day, Tellman. Vielen lieben Dank. Falls ihr, ähm, das Interview mit ihm noch nicht gesehen habt, guckt unbedingt mal rein, findet ihr bei mir ein Videos, Tellman, ein Interview, guckt es euch an. Wahnsinn. So. Oh, Slaney hat wieder geschrieben. Slaney, mein Captain, ei, ei, was hat er denn geschrieben? Readmore. Ach ja, die gute Slane-Figur, genau, Slane-Mitworth-Figur, so geil, steht immer noch mit Ukko auf seinem Ehrenplatz im Wohnzimmer bei meiner Süßen. Ja, sehr gut. Nochmals, danke für dieses tolle Geschenk, mein Freund. Ja, es ist ja leider, Gott, unvollständig. Oh mein Gott, aber wenn ich mal irgendwie eine der Waffen kriege, ich schick's dir. Ist versprochen, ehrlich. Aber du, du, du findest grad nix ganz schlimm. Oh ja, eine Slane-Figur mit Wellenkramf wäre echt genial. Ja, das fehlt meiner Meinung nach. Ach, warum gab's kein Set mit Wellenkramf-Slayen? Mal ganz ehrlich, ja. Ähm, das Lava-Dings, Lava-Dings, das Lava-Dings, ne. Äh, lies mir den Kiefer aufklappen, wieder ein Hammer-Teil, finde ich. Du meinst den, den, ähm, Chabawalki aus Alice? Geil, oder? Oder? Finde ich auch Hammer, absolut. Wieder super spannendes Video. Oh, ich hab ja schon geschrieben, mein Gott. Und da hab ich dir ja noch gar kein Herzchen gegeben. Mein Gott, muss ich sofort nachholen. Weil, ähm, sonst schmeißt er mich wieder über Bord, ne. Ja, gutes Lane. Ach, wisst ihr was? Ich glaub, ich mach jetzt hier mal einen Cut. Wir haben bestimmt wieder 40 Minuten oder länger zusammen. Von dem her, äh, ich mach hier einen Cut, Leutchen. Wer bis hier durchgehalten hat, Respekt. Ich zieh meinen imaginären Hut oder ich, ich halt einfach eine Figur hoch, ja. Hab ich tatsächlich da, ne, hier. Dieses Geräusch kommt übrigens von einem kleinen Dinosaurier. Klopf, klopf. Ich sage, ciao, tschüsschen. Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Bis zum nächsten Mal.